Ja, wir haben heute einen ganz tollen Gesprächsgast bei uns, nämlich Bastian Schweinsteiger, der Fußballgott himself. Basti, Servus, habe die Ehre. Servus. Ja, Basti, schön dich mal wieder an der Säbiener Straße zu sehen, wenn auch nur virtuell. Aber trotzdem vielen Dank für deine Zeit. Die allerwichtigste Frage zuerst. Wie geht's dir denn? Danke, mir geht's gut. Es macht wieder Spaß, Bundesliga zu schauen. Und auch wenn natürlich keine Zuschauer, dann ist es ein bisschen anders. Aber trotzdem, ich freue mich sehr, Fußball wieder schauen zu können. Du bist ja aktuell wieder in aller Munde. Deine Doku Schweinsteiger von Anfang bis Legende ist letzte Woche online gegangen. Wenn man so ein bisschen Social Media durchschaut, da schreiben die Fans viel von Gänsehaut, viel von Tränen in den Augen. Ist das auch das Feedback, das dich erreicht? Ja, also ich habe natürlich ein paar Nachrichten auch bekommen. Und es ist ja auch so, dass wenn ich den Film mir selber anschaue, gibt es auch Momente, wo natürlich bei mir sich die Tränendrüsen da auch ein bisschen bilden. Also gerade auch, wenn man die Worte hört von Jupp Heynckes oder Uli Hoeneß, wie wichtig auch das Spiel war damals 2012 gegen Chelsea oder auch als das Spiel natürlich wieder hochkommt. Und da sind natürlich schon Emotionen und Erinnerungen drin in dem Film. Und da passiert es mir natürlich schon auch. Aber natürlich freut es mich, dass viele Leute den Film gut finden. Das ist auch ein großes Lob, glaube ich, für den Till Schweiger, der den auch in meinen Augen sehr gut gemacht hat. Definitiv. Schauen wir mal auf die aktuelle Situation beim FC Bayern. Die Bayern können zum 8. Mal Meister werden. Wie hast du denn mit ein bisschen Abstand die Saison der Bayern verfolgt? Ja, ich denke schon, dass es natürlich in einer gewissen Art und Weise auch ein bisschen eine komische Saison war, gerade am Anfang. Und natürlich auch mit einer Tränenentlassung. Das ist natürlich nie schön, wenn man das hat. Aber wenn man sich jetzt die Entwicklung anschaut, die die Mannschaft genommen hat, seitdem Hansi Flick auch übernommen hat, spielen sie auch einen anderen Fußball und beeindrucken mich enorm, wie sie auch gegen die Mannschaften spielen. Nicht nur mit Ball, ohne Ball. Es macht Spaß zuzuschauen. Und da ist sehr, sehr viel drin in der Saison, denke ich. Du hast es vorher schon angesprochen. Es ist wieder heute ein Spiel ohne Zuschauer. Wie ist es für dich quasi als Fan vom Fernseher? Wie erlebst du das? Ja, es ist einerseits super, dass man natürlich alles hört. Gut, ich als Ex-Spieler weiß natürlich schon noch, was man spricht auf dem Platz. Aber es ist einfach schön zu hören. Ich meine, gerade bei Bayern hört man sehr viel an Thomas Müller. Ich glaube, das war damals auch schon so der Fall. Also das ist, glaube ich, ganz gut. Ich meine, natürlich ist es so, dass einfach die Fans abgehen. Das ist einfach anders. Aber in meinen Augen ist es ein Vorteil für Bayern München. Und ich freue mich heute auf das Spiel. Gladbach hat, glaube ich, auch unter neuen Trennern eine neue Rolle. Oder sie spielen einen anderen Fußball. Und ich bin sehr gespannt darauf. Also ich freue mich sehr auf das Spiel. Wie wäre es denn für dich als zentraler Mittelfeldspieler gewesen? Wäre es dir lieber gewesen, ohne Fans, dass man deine Anweisungen besser hört, dass man sich besser verständigen kann? Oder hättest du gesagt, nee, Fans müssen sein, weil die hätten wir die letzten fünf bis zehn Prozent noch rausgekitzelt? Ja, es ist von beiden etwas. Also klar haben die Zuschauer auch enormen Einfluss aufs Spiel. Aber natürlich gewisse Anweisungen ist es schon auch gut, dass der Gegner die nicht mehr bekommt. Also da gibt es mit Sicherheit Situationen in einem Spiel, wo man versucht, es natürlich zu dirigieren. Aber natürlich will man nicht, dass der Gegner schon vorher die Schachzüge hört und sich darauf einstellt. Also das ist so von beiden, glaube ich, ein bisschen etwas. Wie ist es denn mit dem aktuellen Kader? Zu wem hast du denn noch Kontakt von damals? Ja, es gibt natürlich die Spieler noch wie David Alaba, Thomas Müller, Manuel Neuer. Auch natürlich zu einer Person um die Mannschaft herum. Also anders schreibt man sich einfach mal ab und zu oder gratuliert auch mal. Ich habe natürlich mit Thomas jemanden, der immer zur Stelle ist, wenn ich mal auf der Golfrunde irgendwelche Probleme habe und das Regelwerk nicht ganz genau weiß, dann rufe ich kurz an und frage ihn, wie die Situation ist, ob man den Ballet spielen darf oder nicht. Und dann gibt er mir per Paragraf die richtigen Regeln durch. Da ist Thomas Müller der perfekte Ansprechpartner. Wann würde man dich denn mal wieder in München sehen? Ja, sobald wie möglich. Ich werde mit Sicherheit sehr viel in München sein, aber auch in der Umgebung. Also von daher, da werde ich sobald, wie es funktioniert, werde ich wieder auch in München sein. Super. Dann hoffen wir, dass wir dich mal wieder hier an der Säbener Straße sehen und sagen vielen Dank für deine Zeit, Basti. Auf jeden Fall. Danke. Servus.